Servus, Grüezi und Moin Moin, ich bin der Jan und das ist mein guter alter Kumpel. Jo, ich bin der Ben, grüßt euch. Und ihr seid heute zum Weihnachtsspecial hier in diesem Video, weil zufälligerweise lade ich ja meine Videos immer am Sonntag hoch. Und da Sonntag Weihnachten ist, habe ich mir überlegt, wäre es vielleicht ganz cool, ein paar weihnachtliche Sachen zerbersten zu lassen. Und Ben zeigt euch jetzt einfach mal sein Lieblingsstück. Guckt es euch an, ist das nicht schön, dieses Röckchen? Okay, also kurze Geschichte noch zu dem Teil. Als wir heute in so einem Laden waren, wo es hier einen sämtlichen Scheiß gab, ist dieses Teil ihm hier ins Auge gefallen. Und er hat gesagt, das muss unbedingt heute drankommen. Und ich fand das so grausam und hässlich. Und ich wollte es nicht mitnehmen und er hat so lange auf mich eingeredet. Und jetzt ist es hier. Des Weiteren haben wir uns noch dieses schöne Glas hier ausgesucht. Mit Schraubdeckel und Beleuchtung. Das ist wie eine kleine zweite Welt. Ist es nicht toll? Take me to the candy shop. Passend für Weihnachten mit Schnee ein bisschen auf dem Dach. Und das werden wir dann auch mal schön zum Zerplatzen bringen. Yo! Zerplatzen! Als vorletztes gibt es dieses wunderschöne, eigentlich weniger weihnachtliche, drehende Karussell. Kinderkarussell. Wo siehst du hier Kinder? Ich sehe nur Pferde. Die sind alle schon vom Pferd gefallen. Achso, okay. Okay. Und als letztes haben wir noch das hier. Ein filigranes Schätzchen. Was quasi nur darauf wartet, zerschlagen zu werden. Und jetzt geht's los mit dem Video und wir wünschen euch viel Spaß! Yeah! Viel Spaß! Auf geht's! Yo! 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 3, 2, 1, 0 Ja, also ich fand jetzt die Haare schon echt schön, muss ich sagen. Das Einzeln ist jetzt nicht mehr so schön, aber gut, das ist halt deutsche Wertarbeit. Und das ist das Röckchen. Sicher, dass das aus Deutschland kommt? Das ist alles voll zerplatzt. Ja, das ist alles voll zerratzt. Also, das hat's überlebt. Sonst könnte ich euch jetzt nur noch sowas in die Kamera halten. Als nächstes kommt das Häuschen. Viel Spaß! Also, die Batterien sind auf jeden Fall auch hier rausgezogen. Ich bin rausgeflogen aus der Halterung. Ich suche die jetzt mal und schaue mal, ob das Licht noch brennt. Es leuchtet noch. Könnte man das jetzt nicht wieder einfach zusammenkleben und dann alles künstlerisch überarbeitet nochmal neu verkaufen? Herzlichen Glückwunsch und alles Gute zu Weihnachten. Das ist für dich. Jetzt kommen wir zu den großen Sachen und ich bin jetzt schon mal echt mega gespannt, wie das jetzt wird aussehen. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt, ob die Kugel erst das Licht ausschaltet oder ob das Licht anbleibt. Was denkst du? Ich denke, es geht zuerst aus. Pausiert einfach mal das Video und schreibt mir in die Kommentare, was ihr denkt. Hui! Ja. Satering. 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 Yo, ich muss sagen, ich hatte absolut Unrecht. Das Zeug hier, das leuchtet immer noch. Also für alle, die gesagt haben, das bleibt leuchten dann, die hatten recht. Hammerdinge, hätte ich nicht gedacht. Oder hättest du das gedacht? Niemals, ich hätte auch gedacht, dass es das ausschaltet. Wie geil. Okay Leute, jetzt kommt mein Lieblingsteil, da freue ich mich persönlich schon den ganzen Tag drauf. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich hab's kaputt gemacht. Das hier sind ein paar Teile, also funktioniert überhaupt nicht mehr. Hier unten ist durch die Wucht sogar das aufgegangen. Also wer mal wissen wollte, wie es in einer Spieluhr aussieht. Jo, das war's schon mal von unserer Seite. Und ich würde sagen, wir waren heute sehr kreativ und haben alles in die Einzelteile zerlegt, oder? War saugeil auf jeden Fall. Also uns haben die Aufnahmen richtig Bombe gefallen. Wie haben sie euch gefallen? Schreibt's gerne mal. Schreibt's gerne mal in die Kommentare. Vergesst auf jeden Fall nicht in die Kommentare zu schreiben, was wir das nächste Mal droppen sollen oder generell einfach einen Vorschlag, den ich mal umsetzen soll für euch. Dann haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Gell? Gell? Ciao. Oh, guck mal hier. Ja, das sind ja drei Teile. Ich dachte, ich halte jeden Teil. Nicht schlecht. Gutes Schlusswort.